Hallo ihr Abnehmwilligen und Zuhausesportbegeisterten! In diesem Video geht es um eine geliebte Gymnastikmatte und was man damit alles so anstellen kann. Also bleibt dran! Wozu eine Gymnastikmatte? Mit einer Länge von fast 2 Metern und einer Breite von einem Meter, einer Dicke von 2 Zentimetern ist sie ideal für diverse Übungen, die ihr zu Hause durchführen könnt. Des Weiteren kann man diese tolle Matte mit noch vielen anderen Geräten, die man zu Hause benutzen kann, kombinieren und somit einen effektiven Erfolg generieren. Und welche Übungen man damit alles machen kann, das könnt ihr euch jetzt mal hier angucken. Oder hier. Oder da. Oder da. Also für mich eine klare Kaufempfehlung für diese Matte. Ich verlinke euch mal unten einen Link zu seiner Matte, wenn ihr euch eine kaufen möchtet oder nicht. Das ist sicherlich eben selbst überlassen. Einige oder andere mögen es ja dann doch mehr puristisch auf dem kalten Boden. Aber wie gesagt, gelenkschonend, knochenschonend und vor allen Dingen hautschonend. Und wenn man mal Streifen seiner Freundin hat, kann man natürlich perfekt im Badezimmer auf dem kalten Fliesen eine Nacht überbringen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Besucht unsere Homepage. Und wir sehen uns zur Vorstellung des nächsten Gerätes. Bis dann! Bis dann!